Hey, hier ist wieder Marc von Nerdisch. Die Theorie von Webpack haben wir jetzt behandelt. Und wenn du das noch nicht gesehen hast, ich werde dir in der Infobox das Video nochmal verlinken. Ansonsten legen wir jetzt los mit dem Coden. Hast du Lust? Los geht's! Um Webpack installieren zu können und nutzen zu können, benötigst du Node und NPM. Ich werde dir die Links zu diesen Projekten in der Infobox verlinken. Also, lass uns mal loslegen. Was habe ich denn für eine Node-Version erstmal? Das kannst du mit Minus und Version anschauen. Also, ich habe die Node-Version 8.9.1. Was habe ich für eine NPM-Version? Ich habe die NPM-Version 5.5.1. Okay, das kann natürlich abweichen zu deiner Version, aber das sollte erstmal keine Rolle spielen, wenn du relativ aktuell bist. Okay, jetzt lass uns einfach mal Webpack installieren. Ich installiere Webpack immer gerne als F-Dependency in mein Node-Projekt. Aus dem Grund, ich arbeite mit großen Teams und ich möchte halt, dass alle das gleiche Webpack installieren und mit der gleichen Version arbeiten. Und da macht es einfach Sinn, das auch in dem Projekt mit einfach verankert zu haben. Genau. Also, das mache ich jetzt einfach mal. Installiere mir Webpack mit NPM. I für Install. Webpack. Und dann sage ich mit Minus D als Dev-Dependency. Feuer frei. Rütteln, rütteln, rütteln. Genau. Jetzt haben wir Webpack installiert in der Version 3.10. So. Ich habe jetzt mal ein kleines Projekt vorbereitet. Das ist minimal. Schauen wir uns jetzt an. Ich nutze Visual Studio Code. Ich bin damit sehr zufrieden. Wenn ihr das auch nutzen wollt, macht es gerne. So. Jetzt sehen wir, ich habe hier eine Package-JSON. Und da seht ihr, dass Webpack als Dev-Dependency eingetragen worden ist. So. Jetzt erstelle ich ganz kurz mein Projekt vor. Also, ich habe einen Bildordner. Das ist all das, was ich später für den Browser ausliefern möchte. Da habe ich einfach mal eine ganz simple Index-HTML drin. Völlig unspektakulär. Mit einem Hello World. Der Klassiker, ne? Dann habe ich noch meine Sourcen. Da habe ich zu einem JavaScript-Sourcen und SAS-Sourcen. SAS ist bei mir noch komplett leer. Das machen wir später in anderen Videos. Wenn es dann noch tiefer geht in die Materie. Dann habe ich hier meinen JavaScript-Ordner. Dann habe ich hier meinen Applikations-JavaScript. Das ist die, wo all meine Abhängigkeiten zu den Modulen drin sein sollen, die ich quasi für meine Web-App brauche. So. In dem Fall lade ich mir jetzt zum Beispiel hier mal eine Beispiel-Galerie und ein Beispiel-Video. Das sind diese Module hier. Ich habe hier einen extraen Ordner reingepackt. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Schauen wir uns die Galerie an. Die Galerie benötigt nochmal zur Veranschaulichung ein Bildmodul. Also hier lade ich einfach nochmal drei Bilder. Einfach nur, um meine Galerie besser zu veranschaulichen. Da können wir auch mal reinschauen. Da passiert auch nichts weiter als eine Ausgabe zu, welches Bild bist du aktuell. Und das Videomodul. Auch völlig unspektakulär. Einfach nur eine Konsole-Ausgabe. Okay. Was benötigen wir jetzt? Um Webpack überhaupt lauffähig zu bekommen, brauchen wir erstmal eine Webpack-Konfiguration. Es gibt, Webpack nutzt standardmäßig eine Konfiguration namens webpack.config.js. Also es ist eine JavaScript-Datei, keine JSON-Datei. Genau. Das heißt, wenn ein Webpack startet, schaut er erstmal standardmäßig nach, ob es eine Webpack.config.js gibt. Solltest du mit der Benamung nicht zufrieden sein, kannst du das natürlich umbenennen, wie du das möchtest. Muss dann aber Webpack sagen, hey, meine Konfiguration heißt ABC. Okay. Also. Starten wir mal. Was braucht die Webpack-Konfiguration? Zunächst einmal müssen wir diese exportieren. Exports. Zack. Das ist ein Objekt, was dir zurückkommen muss. Und minimal, das absolute Minimum, ist ein Entry, also ein Einstiegspunkt. Das kann ein Array sein, das kann ein String sein, das kann auch ein Objekt sein. Was die einzelnen Unterschiede sind, kommen wir dann in späteren Videos dazu. Also. Was ist mein Einstiegspunkt? Mein Einstiegspunkt soll mein JavaScript sein und meine Applikation. Das heißt, von der Webpack-Konfiguration ausgehend ist es unter Source, JS, App.js. So. Der zweite Parameter, der unbedingt Pflicht ist bei Webpack, ist das Output. Output. Also wo soll die Applikation, also wo soll das Bundle, was später ausgeliefert wird, abgespeichert werden? Also in unserem Fall unter dem Pfad, jetzt noch eine Besonderheit, das muss der absolute Pfad sein. Also du kannst jetzt keinen relativen Pfad von der Konfiguration nehmen, sondern es muss absolut sein. Ich nutze jetzt erstmal zur Einfachheit halber den Befehl Dearname, ja, Slash. Und dann soll es hin und dort Bild. Ich mag es immer, wenn es dann irgendwie noch so ein Public-Folder gibt. Public. Genau. Da soll es dann rein. Und, ähm, ja, wie soll das heißen? Also wie soll mein Bundle heißen? Jetzt habe ich einen ganz spektakulären Namen. Also Filename soll heißen Bundle.js. So. So, das ist das absolute Minimum, was wir für Webpack, damit es gültig ist und läuft, benötigen. Also, Einstiegspunkt, wo soll es hin? Okay, da würde ich sagen, führen wir das einfach mal aus. Ähm, jetzt hier mal ein kleiner Tipp noch nebenbei. Ich trage mir immer gerne in meiner Package.json, ähm, ein Skript ein. Das nenne ich Bild zum Beispiel oder Bild-Dev, je nachdem. Ich habe es jetzt einfach mal Bild genannt und gebe das, ähm, Webpack an. Den Befehl Webpack. Was bedeutet das? Was ist der Vorteil? Also Skripte, wenn die ausgeführt werden, die schauen auch automatisch in den Node-Modules rein und schauen dort, ob sie dann, ähm, eine ausfüllbare Verteilnamens-Webpack finden. Wenn ich das nämlich nicht machen würde, müsste ich jetzt, um jetzt Webpack bauen zu können, müsste ich jetzt dann sagen, Node-Modules, Webpack, bin, Webpack, um es auszuführen. Ja? Wenn ich das nämlich nicht mache und jetzt einfach Webpack eintrage, kennt er das nicht. Und mit dem Skript, was ich eben gezeigt habe, kannst du quasi npm, run, Bild machen. Here we are. Feuer frei. Das war's. Also, was ist jetzt passiert? Er sagt mir, es wurde erfolgreich, grüne Farbe, ja, immer schön, einen Bundle.js erzeugt. In der Größe 3,63 Kilobreit. So, und wie ist der vorgegangen? Das sieht man hier auch wunderbar. Also, er ist in meine App.js gegangen. Könnt ihr euch erinnern, unser Einstiegspunkt. Dort hat er dann ein Modul Galerie gefunden. Und dann in Galerie hat er quasi ein Modul gefunden, Image. Und dann hat er noch das Modul Video gefunden. Wunderbar. Genau das, was wir wollten. Okay, schauen wir uns das nochmal an, was passiert ist. Also nochmal wieder rein. So. Also, wunderbar. Hier ist unser Public-Folder, ne? Und tatsächlich ist hier ein Bundle.js. Oh, was sehen wir denn jetzt hier? Heieiei, das sieht erstmal gruselig aus. Aber, braucht euch erstmal keine Gedanken drüber machen. Das ist quasi erstmal eine Bootstrap-Funktion. Die wird initial beim Laden des Bundles ausgeführt. Und zwar bekommt er als Parameter, das gibt es hierher, das Bootstrap. Und kriegt als Parameter ein Array von unseren Modulen. Die dann hier drinnen, hier sieht man es irgendwo, hier direkt ausgeführt werden. Execute unsere Module. Das heißt, hier unten sieht man auch, alles ein bisschen nicht so schön, aber hier sieht man dann, hier ist unsere Galerie. Da geht es über so eine Schleife drüber. Dann kommt er hier rein und führt dann das Bildmodul aus. Und dann zum Schluss auch noch unser Video. So, jetzt schauen wir uns das doch einfach mal an, was jetzt passiert ist. Ich binde jetzt unser Bundle ein. Script, Source, Public, Bundle.js. Genau, und die spektakuläre Webseite. Ich mache mal ein Reload. Jetzt sieht man hier unten auch in der Netzwerkeinstellung, dass unser Bundle.js geladen worden ist. Und in der Konsole, wunderbar, also Galerie-Code wird ausgeführt, Bild 1, 2, 3 oder 0, 1, 2 wird geladen und dann wird der Videocode ausgeführt. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und hast du noch Fragen, kannst du die gerne als Kommentar hinterlassen und ich versuche die schnellstmöglich zu beantworten.